Jetzt betreuen nicht, ob das so klappt, wissen wir nicht. So, wir haben nur interessante Sachen, mein Schatz, das geht ja. So, hier haben wir so, ja, sehr gut, nein, ich bin der ehrlichste Bürger der Insel, das wissen sie alle. So, hier haben wir eine Wellhorn-Schnecke, das ist Nummer 1, wir haben auch diese Woche jetzt Glück. Hier haben wir den Krebs dazu, der die Schnecken rausfrisst, der sitzt da ja drinnen. Und dann der Dritte, wer am Strand jetzt mal ist, da sind sie, Wellhorn-Schnecken-Eier, so sehen sie aus. Während die nächsten, weiß ich nicht, 14 Tage, 3 Wochen noch zu sehen sind, dann schlüpfen sie, also, die Fische hier, die heißt Roberta. Da gibt ja so viele Namen, die man da rausschült. Ja, wenn die Kinder fragen, musst du ja beantworten, aber das tut man ja auch. Das ist kein Thema. Soll ich euch mal was ganz Schlimmes sagen, Kinderchen? Jetzt haben wir hier die Polizei am Boot, wisst ihr, was hier ein Junge gemacht hat? War eine zweite Klasse oder dritte Klasse, er fragte mir, ob er so einen Stern mal anfassen darf. Ich sag, Mensch, warum nicht? Hab ich eben so, so groß kann er gewesen sein. So, aber hier, mein Junge, beim Hinlegen, nee, sagt er, einen kleinen Ritten. Oh Gott, ich denk, Mensch, na, den leg ich daneben. Ja. Mit einmal nahm er beide Hände und versuchte, die Sterne abzudecken, so. Keiner hat den Krieg, mit dem Volizieren. Ich sag, na mal, Junge, er kriegt Angst, Muffengang. Die rechte Hand nahm er weg, die linke nahm er auf weg. Oh, was fehlt? Hab ich nicht gesehen. Hat er den kleinen Stern? Rein in seine Hosentasche. Wir kommen in den Hafen so schnell, wie der vom Schiff anruft. Da hat er auch hier so einen Maugenwalder BMX. Kennt ihr so eine Dinger? Mit einigen Spindigkeiten von List nach Wenningstedt gefahren, in Kampen noch hier glitzt worden. Und schmeißt ihn zu Hause in sein Aquarium. Idee ist ja nicht schlecht. Er schließt sogar noch ein. Busser, was haben wir hier für Wasser? Er hatte Süßwoller gesagt. 40 Liter, schätzungsweise. In den Magen rein. Die Dinger sind ja so. Innerhalb von zwei Stunden. Fünf Meter lange Arme. Feuerwehrpolizei. GSG 9, die waren alle da. Ich sag mal so viel, lasst euch da bloß nicht mit sterben. So, achso, ne Auster, war hier eine? Ja. Gut, die ist noch nicht. Wollen wir sie mal aufmachen? Wollen wir da mal reingucken, ob da ne Perle... Krieg ich die Perle? Aber wenn, dann muss ich sie ja aufteilen, mein Schatz. Wenn es schwarz ist, lohnt sich das. Jede, jede Kasse 260 Euro. Ich mach das aber nicht. Ich hab sie sonst auch immer ohne Handschuhe, aber da scharf sind sie. Das sind wirklich scharfe Kanten. Das kann jeder andere auch. Das ist bloß so viel vernünftigen Auszahlmesser, solltest du schon haben. Wenigstens damit der Stand hingeht. So, dann werden wir mal gucken. So, das sind drei Jahre, drei, vier Jahre. Hier ist so ein Muskel. Dahinter. So, und dann mal ganz versuchen, langsam ranzugehen. Bloß nicht mit Gewalt. Dann hat es nämlich... Oh, die hält doch ganz schön fest. Ja, die schwitzt bestimmt... Oh ja, guck mal hier. Ne, das ist Schweiß. Das ist ja auch nicht Schweiß. Kann man ja mal. Guck mal hier. Ein helles... Also da, warte mal. So ein helles Fleisch, das hätte ich jetzt nicht verfrühtet. Also die... Wir machen sie mal. Ja. Aber die sieht gut aus, ne? Ja, kann man. Wer möchte... Hier sind die meisten Kinderschön. Ich kipp's mal an. Könnt ihr die Perle sehen, da unten? Ist da einen drin? Ja. Ja, ehrlich? Nee. Oh, hätte ich euch... Schade, mein Schittermensch. Das ist ein schönes Eis geworden, ey, mit Schlagsack. Halt auf. Aber das ist ja auch weggehilft. Warte mal. Ja, aber wir strecken ganz auf heute, ne? Halt auf, noch ist nichts verloren. Ich will nur mal ganz kurz... Ich meine, schlappe ich sie nicht aus, Alter. Gibt Leute hier... Gibt Leute, die schlürfen, sowas sogar... Wenn ich mal den Kasten sauber machen, werde ich dafür extra neu Wasser abkropfen lassen. Ich schneide sie auch ab. Wer sie im Mund hat... Oh, warte mal. Die Made muss ich noch abmachen, hier. Da sind sie... Da sind so Glaswürmer, so eine Kleidende. So, das Dunkle, was wir sehen. Nicht, dass man sich irgendwie... Das ist in die Knochen, das ist geschnitten, das kann man alles mitnehmen. So abgeschnitten ist sie. Ich lege sie rein. Wer sie im Mund drin hat, denkt aber daran, die ist lange agil. Wenigstens dreimal draufbeißen. Ja, wenn die nicht tot ist, beim Wunterschlucken, versucht die zurückzukommen. Wer möchte... Halt hoch, er... Anfie... Ein guter Mann, so schwer. Ich hab nur eine Kleidende. Ich lass sie kommen, ich lass sie kommen, ich lass sie kommen, ich lass sie kommen. Ohne bisschen Seil. Jeden, jeden liegt nicht, Zitrone brauchen wir alles nicht, jeden liegt nicht, das ist natürlich kein Thema, ja, es ist erstmal schon eine tolle Sache vom Ganzen. Äh, die Erfahrungsart, jeden Tag eine, wer die Chance hat, braucht später die Geburt. Das ist schon erstmal ganz toll, man kann sehr weit nachgucken. So, wir sind erstmal hier in dem Bereich, ihr Lieben. Braucht keine Angst.